Hallo? Ah, perfekt, ich höre ich nicht. Also entweder liegt es an mir, warte mal kurz. Sag mal was. Moin. Ja, jetzt hören, warte mal, hören die Leute dich? Sag doch mal was. Hallo. Na gut, okay, perfekt, super. Digi, moin. Mir wurde gerade vom Chat zugetragen, dass angeblich vielleicht auch Troll, ich weiß nicht, Public-Lobbys gespielt werden. Fall Guys ist Public, dann Death Run und dann ein Duo-Fortnite-Sieg. Wie Death Run? Also zuerst kommt Fall Guys Public und dann in Fortnite ein Death Run und dann muss man am Ende noch ein Duo-Sieg machen in No-Bild. Sag dir aber ehrlich, wenn wir in Fall Guys durchkommen würden, würden wir das Turnier direkt gewinnen. Aber diesmal sind es nicht so Try-Out-Teams wie letztes Mal, oder, im Turnier? Ich glaube, diesmal haben wir wirklich eine gute Chance. Keine Ahnung, Digga. Ich sag dir so, wie es ist, wir trotzdem darauf hinauslaufen, das glaube ich. Kann auch sein, dass ich mich irre, dass die kleineren Streamer eher schneller weiterkommen. Aber kann auch sein, dass ich mich diesmal komplett täusche. Mal abwarten, Bruder, wir spielen seit 10 Minuten. Ja, ja. Geht man hier oben oder unten durch? Äh, ist scheißegal, Bruder. Sind nur 41 Spieler bei uns in der Lobby-Chat? Von 60? Das wäre ja ganz komisch. Ja, ja, schon. Aber 29 Spieler können dann auch nur weiter. Das heißt... Das ist kritisch. Ja, nur so wenig Leute in der Lobby. Nein, wir sind da los, Alter. Dass das hier auch immer noch verbuggt ist, ne? Was sollte denn sonst passieren? Ja, da müssen normalerweise die Dinger... Das ist einfach seit Monaten so, hä? Ja, Diggi. Mal ein bisschen weiter. Ich nicht. Let's go. Das war ganz knapp. Bitte, bitte das Lava-Spiel, komm. Oh mein Gott, Digga. Hä, wie soll das jetzt passen? Mit 29 Leuten? Ja, wie viele kommen dann weiter? Das ist die Frage. Hä? 18 Leute, okay. Ich bin ganz vorne. Digga, ich bin ganz hinten, geil. Ich werde auf gar keinen Fall den Hammer nehmen, Digga. Ich werde den ehrlichen, geraden Weg nehmen. Ah, perfekt, Digga. Direkt drei Bananen in meiner Fresse, perfekt. Bruder, das war's. Mal wieder. Digga, wie viele Bananen kommen denn da geflogen? Digga, was ist denn hier los? Hä? Was ist denn mit Fallgeist los, Bruder? Chat, was ist los mit dem Spiel, Diggi? Ich bin weiter. Oh, bitte, bitte. Ach, kein Auge. Diggi, noch zehn Leute. Komm, easyness. Easyness, sehr gut. Das war ganz komisch. Bitte, gutes Game, bitte. Oh mein Gott, Bruder. Warum dieses Schwanzstil, Digga? Richtig Lust auf Schwänzegeiern wieder, wirklich. Ich will unbedingt einen Schwanz in meiner Hand, Digga. Bruder, egal wo, ich will einen Schwanz. Schieß du? Hast du einen Schwanz? Ja. Kann ich den haben? Oh, er nimmt mir meinen Schwanz weg auf drei Kilometer Entfernung. Ah, der Schwanz sieht ganz gut aus da hinten. Ja. Frisch. Warte, ich mach die Five-Head-Taktik. Und das ist die unten durchlaufen. Ja, im Kreis die ganze Zeit laufen. Verpiss dich, Junge. Ich lasse dir in der. Nein, Junge. Die, das, Bruder. Ich will deinen prachtvollen Schwanz anschauen. Ja, okay, fass mein Schwanz an. Ja. Hey! Ja, Karma, du Wixxer. Andere Seite laufen. Oh, mein Gott, er hat meinen Schwanz genommen. Bruder, ich brauche dringend einen Schwanz. Du wachst das, 30 Stunden. Digi, ich fass ihn noch an. Ich hab ihn noch angefasst. Ach, der ganze Spiel. Also, das ist halt auch einfach, wenn du auf den Server zockst, ne? Es ist ja auch ein bisschen laggy, Mann. Ja, Bruder, ich greife, ich greife, ich greife, ich greife. Da passiert auch nichts, Digga. Das ist so eine Scheiße. Das wäre aber auch wieder die Unlucky-Spiele bekommen. Seid ihr auch? Alles gut, Bro. Du schaffst es noch, du schaffst es noch. Ich... Ey! So dämlich, das Game. Wallah. Das macht gar keinen Sinn, Bruder. Ich hab Angst. Oh, 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 nein! Ich hab einen Schwanz, ich hab einen Schwanz. Warte, warte, warte. Bruder, ich brauche... Ich brauche... Bruder, niemand mich anfassen. Niemand mich... Ja, ich hab einen Schwanz. Hast du einen Schwanz? Ja, war klar, Digga. Digga, aber das ist wirklich nicht wieder meine Schuld. Bruder, Bruder, ruhig. Spring-Spiel vielleicht auf Kampf? Oh, mein Gott, ich kann das nicht, Digga. Ich bin der absolut Schaffst-Spieler. Warum sagst du dir selber, dass du es nicht kannst? Nein, Bruder, weil... Digga, du fickst dich selber schon, bevor es gestartet hat. Sag mir, was gut ist. Bruder, du hast nicht mal einen Schwanz. Du hast nicht mal einen Schwanz. Digga, sag dir, dass du gut bist, Mann. Was soll das, diese luse Mentalität? Ich bin absolut Dogshit in dem Spiel. Ich bin absolut Dogshit in dem Spiel. Ich gebe mein Bestes. Ach, Bruder. Ich bin jetzt schon raus. Also ich... Bruder, ich hab's dir gesagt, halt's Maul, Alter. Ich kann das Spiel nicht, Digga. Das ist das Schlechtste. Ich kann das einfach nicht. Ich gehe ganz schnell pissen, Bruder. Ich hoffe... Also ich bin noch nicht. Aber was hast du, Alter? Ob du mal so die Hand hat, die Hand zu pissen. Geh mal pissen, Digga. So, komm. Heide Jolla. Ähm, Entschuldigung, Epic. Könntet ihr eventuell, Bruder, das Spiel auch mal starren? Okay, ich bin vorne gespannt. Ich werde auch gerne schauen, ne? Ich weiß nicht, wie sehr ich drauf verzichten muss, R2 zu drücken. Ja! Was denn? Ich bin vor dir. Oh! Wee! Unlucky, Bruder. Oh! Ich glaub mir, du wärst doch ein Fettsack-Move machen gleich. Ja, ja, ja. Ich hatte dich da hinten nicht, Bruder. Du bist zweit weg. Oder ich bin direkt hinter dir. Ich hab die eingeholt, die Leute. Ich hab die überrundet. Digga, mit was für ein Bot spielen wir in der Lobby, Digga. Digga, der eine, der eine weiß ich nicht, woher hin. Lauf, Digga, der Fettsack! Der muss sich unbedingt zugucken, ganz schnell. Da ist er. Wie heißt der? Ja! Amuse, amuse. Guck ihn an, der. Oder er spielt einfach mit seiner Aluf. Oh, ja, Digga, als Controller. Warum läuft er so langsam? Geil, Digga. Die Frage ist, wie viele fliegen jetzt raus? Sechs, fünf, acht, neun, neun. Nee, vier Wins, we love. Let's go. Man weiß, niemand springen soll oder nicht, Digga. Ja. Neun müssen raus, ist schon viel. Keiner, bis jetzt noch einfach keiner rausgeflogen, Bruder? Jeder Lobby ist komplett Triads, wir haben keine Ahnung. Das ist die beste Lobby aller Zeiten, Bruder. Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist einer raus, wichtig. Oh mein Gott. Zwei. Digga, ich bin auch, Bruder, ich, bitte. Machen wir keine Angst jetzt. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin raus, Digga. Wie lebe ich? Das ist die beste Lobby aller Zeiten, Digga. Ich sag's dir so, wie es ist. Warum so lange hier, Digga? Ja. Hast du geschafft? Ne, ich bin raus, Bruder. Okay, komm. Okay, komm. Oh mein Gott, Volleyball, Digga. Nein, ich hab das einmal gespielt, Bro. Einmal nur. Du kannst so hoffen, dass der andere scheiße ist, Digga. Ja, ja. Ne, ist okay. Und du darfst nicht zu früh springen, dann fällt dein Fettzack hin. Oh mein Gott. Er ist gut. Er spielt mit Kontroler verkehrt rum. Warte, warte, pass auf, pass auf, pass auf. Der kommt da und nicht zu früh springen. Erhöh, das ist zu spät. Gut, gut, alles gut, alles gut. Er ist dogshit, er ist dogshit, Digga. Er ist richtig schlecht, Digga. Du wirst deine Mutter picken, Digga. Ja, sehr gut. Ja. Warte, 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 Bruder. Oh, der kommt gefährlich. Oh. Bruder, er ist, er ist, er ist nicht gut. Da hab ich doch kurz geleckt, ist das ja. Ja. Das ist so ein Paid-Actor. Der, der ist zu lock, Digga. Der wird so bezahlt nach dem Stream. Er weiß gar nicht, wohnt mir. Ja. Du Pettzack, Digga. Der Bruder hat fünf Kinder, wenn ich mal der Fettzack bin. Wo will er hin mit sich, Digga? Wo will er hin, Digga? Oh, ja. Wo will er hin mit sich, ja? Ja. Er ist so ein Dogshit. Ich guck mal bei den anderen kurz. Okay, da steht es auch 8-2, 6-8, 4-1, 7-8, 8-2. Da sind einige schlechte Spieler bei. Einige schlechte Spieler. Ich werde gewinnen, Bro. Nein, sag es. Sag es. Time to shine. Time to shine. Du kannst schon mal da eins mit dir reintun. Gesundheit. Oh, oh. Guck, die Flieger hat es raus hier. Guck. Ah, krass. Einer schon raus, Bruder. Nice. Ey, was ist das von mir? Die Jungs machen wenig Fokus gerade auf Dichtige. Das ist schon mal gut. Ich brauche nichts. Ja, Bruder, lass hier unter... Die können ja erstmal Fokus untereinander auf sich machen. Ich bin ein friedlicher Maus. Genau so ist es, Digga. Ja, ja. Ich habe Frieden hier. Der Typ werde ich glaube, ein bisschen Fokus... Oh, der kann gefährlich. Aber der werde ich ein bisschen Fokus und der Typ, der. Welche Skin? Wie heißt der? Äh, warte. Jan... Äh, Jan ist raus, der sohn. So, let's go. Ich werde ihn beschnipen, okay? Mach. Das ist ein Tryhard, Bro. Ne, die sind scheiße, Digga. Du bist besser. Sowieso. Guck, was er macht. Der will Suizid machen. Ja, der kam gut. Nein, was? Keiner rausgeflogen. Aber das ist gut, das ist gut, dass du machst. Perfekt, Digga. Du machst es gut. Nein. Einer ist raus... Ne, er ist auch nicht raus. Doch, nicht. Er hat zu Glück, ne? Keiner fliegt raus, Digga. Das ist so dämlich. Er fliegt jetzt raus, guck. Ja, eins gegen eins. Komm, Issa. Jetzt. Haben wir gewonnen? Ne. Boah, ich hab mein Bestes gegeben. Ich hab's versucht. Was ist denn mit meinem Kont... Aber Europa merke ich wirklich direkt, dass andere Leute drin sind. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, Digga. Ja, man ist unten schneller, ne? Guck, die sind alle Frauen zu feiern. Ja, ja, ja. Macht den cool, aber auch nicht fett, Digga. In der ersten Runde. Bitte lass mich hier durch. Beim ersten Mal, bitte, bitte, bitte. Das ist so anlucky. Obwohl, 42 Pollenfeind ist ja voll viel. Die Lobby ist voll. Ja, ja, Digga. Dass diese Dinger da immer nicht in der Luft sind. Ganz komisch. Ohnein. Digi, was war denn da gerade los, ne? Nein. War knapp, Digga. Es geht am Ende nur so schnell voll. Ja, oben kann man auch noch viele mitholen, ne? Nice. Oh, das Spiel, Bruder. Ich glaube, ich mach auch einen Säfen. 30 Leute, das geht eigentlich auch noch mal. Ich hab schon gelegt. Oh mein Gott. Digga, ist das so anlucky. Ey, meine Fresse, Digga. Ich hab heute aber auch ein Pech. Bin hier noch nie runtergefallen. Ah, gut, egal. So. Yeah. Ah, perfekt, Digga. Mal gucken. Bitte, bitte, bitte. Was? Das ist vorbei, Bro. Aber ich bin mir bei mir noch nicht ganz sicher, Digga. Geh doch runter jetzt, du scheiß Frosch. Warum, warum? Was war da, was war da, was war da, Diggi? Das sieht ganz schlecht aus bei mir, Bruder, sagt ihr. Oh, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Ich hab's, Bruder, ich hab's noch sehr gut gemeistert, Digga. Weil ich einfach besser bin als der Großteil hier in der Lobby. Isar. Was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bruder, was war denn das für ein Fettsack-Modus, Digga? Chat, Digga. Das war ein Ditte. Ein richtiger Scheißtack für Isar. Ey, das ist free, glaub mir, das ist free. Das schaffst du. Vor allem, ich kann auch abgucken und Kroll uns gehen. Okay, gut. Macht doch keinen Unterschied, wo ich hingehe. Hier, hier, rechts. Oder links, nee, links. Och ja, weil ich wieder geblockt werde, ihr kleinen Wichster, Alter. Ach, ich hasse das Spiel, aber egal. So, bitte nicht blocken, okay? Das wäre... Bruder, was ist denn dein Problem, hä? Wieso hält er sich nicht fest? Hä? Weiß nicht. Okay, er hält sich wieder nicht. Ja, bei mir, Bruder, ich weiß nicht, ob es die Connection ist, Digga. Aber mir... Ich glaube, es ist wirklich laggy, ne? Ja, Bruder, was willst du aber machen, hä? Was soll ich machen, Bruder? Du längst dich, ja. Fuck, das kannst du noch schaffen, alles zu sehen. Ja. Ja, das ist schlecht. Warum schon? Das war schlecht gemacht von mir. Ach, du... Nee, Bruder. Ich bin rechts nicht jetzt. Oh, ich werde immer geblockt von den No-Hands, Digga. Let's go, du kannst immer noch schaffen, ja, ja. Ich werde wieder geblockt von diesen Söhnen. Es ist vorbei. Ja, Digga, es ist einfach unlucky, Bruder. Ich sag's dir so, wie es ist. Scheiß-Game. Das ist das Chat, was ich meine. Wir haben heute keinen Lack, Digga. Es wird jetzt wieder ein Fünf-Spieler-Finale sein. Ja, es ist einfach frech, Digga. Es ist dieser Punkt, wo ich am liebsten rausquitten wollen würde. Bruder, jetzt darf ich mit diesem Scheiß-Ping-Volleyball spielen. Am besten noch gegen Issa. Hoffentlich spielt er mit Lenkrad. Digga, hab ich den Punkt? Hä? Was, Digga? Der war noch nicht mal auf dem Boden, Alter. Was ist das für eine Kacke hier immer? Ja, also bei mir sieht es nicht gut aus. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, auch wieder einfach passt zum gesamten Abend. Ah, bei ihm ist er noch nicht auf dem Boden. Ah, nice. Ja, weil er den besseren Ping hat, Digga. Ich weiß Bescheid, ich verliere das, Digga. Ja, bei mir ist auch ganz buggy Scheiß am Laufen, obwohl ich am Gewinnen bin. Ah, warte, warte. Comeback. Ich beliefe dich. Ach, Digga, es ist eine Scheiße, das Spiel, Digga. Ja, der Ball ist nicht mal auf dem Boden, Digga. Ich spiel gleich einfach nicht mehr das Spiel, Bruder. Ui, ja, zwei Punkte jetzt noch, ne? Wahrscheinlich. Packst du, packst du. Oh, 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 warte, 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 Bruder, warte, 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 warte. Jetzt, ganz wichtig. Ah, okay. Okay, Digga. Na, Bruder. Bist du weiter? Ja, ich hab 10-0, Bro. 11-0. Ach, schade, Chat, schade. Dieses verfickte Drecksvolleyballspiel, Digga. Was ist das? Ich hab das noch nie gespielt. Schwanzspiel, Digga, als Finalspiel. Nur einer? Ja, das ist so eine Frechheit, Digga. Bro, können wir nicht mal ein normales Finale haben? Bro, du kannst, ich sag dir jetzt schon auf Wallabieler was, du kannst direkt schon rausgehen, Digga, weil wir, weil wir mit dem Ping der Vergeltung spielen. Du wärst, Digga, die werden dir das Ding, die werden dir an deinen Schwanz greifen, zwei Meter Entfernung. Jetzt muss ich was beweisen, ja. Du wirst sehen, wie die den weg greifen, Digga. Oh, die kommen auch von da, komm. Digga, guck mal, wie vier Leute auf meinen Schwanz gehen, das ist krass. Das ist normal in deinem Leben. Hä? Er war was? Ja. Digga, er war auf der anderen Seite der Map. Ah, GG's, Bruder. Ja, und dein Greifen kommt nicht an. Ja. Das ist Ping, Digga. Ping. Ja, Digga, ja. Er ist Superman. Ach, Digga. Gib mir Schwanz, gib Schwanz! Mach dich unsterblich. Mach dich unsterblich. Mach dich unsterblich. Geh aufs Dreh. Bro, er ist soweit hinten! Greif! Runter, runter, runter. Lauf, 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 lauf. Rechts, 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 äh, 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 da hoch, da hoch, da hoch. Spring! Digga, was ist das? Digga, was ist das? Digga, wie kann man denn so spielen auch, Digga? Digga, was? Bro, er ist ja mal im Screen ganz rechts. Digga, halt's den Maul, wirklich. Da ist mir alles scheißegal, das war nicht mein Fehler. Guck bitte in meinem Stream, wenn das in deinem Spektivmodus anders aussah. Ja, Bruder. Er war bei mir, er war bei mir ganz rechts von mir. Er war nicht mal in der Nähe zum Greifen. Guckt euch den Digmatz an. Er lässt ihn auf einer ganz anderen Ebene bauen, Digga. Was? Was? Ist eigentlich schon vorbei, oder? Ja, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich. Die sind schon in Fortnite, in Duos. Alles gut, Digga. Ist auch alles, aber Bruder, ich, äh, ich muss jetzt wirklich auch an mich denken gerade. Und an mich denken ist, Digga, dass ich einfach mir was zu essen bestellen muss, Digga. Oh, Bruder. Digga. Aber wie... Ach, einer links, einer rechts. Ja, ja. Ja, ja, safe. Ich geh links, okay? Ja, ja. Darf ich mich unterweilen? Boah, ich seh einfach gar nichts. Was? Ach, Digga. Ach, Digga. Lächerlich. Aber es ist kein Arbeitswort. Unsere Nevermind. Ich versuche noch zu mit Schummeltaktik, Digga. Und dann war es das, Digga. Ach, ja. Ich komme halt for real nicht mal an das Ding da, ne? Oh mein Gott, er hat... Digga. Er hat... Er hat so perfekt gemacht, hab ich das gesehen, Digga. Er ist so ins Ziel geflogen gerade. Das war legendär, was er da gerade gemacht hat, Digga. Kann man von Anfang bis Ende in den Spiel? Ja, Digga. Boah. Ach, Bruder. Ich hab das noch nie geschafft, Digga. Und du fliegst weiter hinten. 100%. Es wird kein Finale kommen. Passt zu uns. Ach, das ist so... Ohne Scheiß. Das ist einfach nur noch Dockshed an dem Spiel, Digga. Niemand will diese Scheiße spielen. Warum kommt da jetzt nicht in Finale, Digga? Es ist einfach nur eine bodenlose, dreckige Kacke, Digga. Das macht auch keinen Spaß. Das könnt ihr rausnehmen, das Spiel. Bodenlos. Anstatt jetzt ein cooles Finale, muss man sich die Kacke hier geben, Digga. Mann aus Sieker, auf jeden Fall. Das ist ein Tryout. Auf jeden Fall, Digga. Ja. Mach auch wieder. Digga. Und reingeschissen hat er. Ja. So gut, Digga. Sauber, Bruder. Sehr gut, Bruder. So. Boah, der war krass von ihm. Boah. Der war noch besser. Steh auf! Oh mein Gott. Fick ihn, Digga. Jetzt fick ich ihn. Ja. Nice, Bruder. Digga. Oh, ich hab schon 1000 Luten bekommen. Oh, nice. Vollidiot. Nice. Hast du gewonnen, ey. Hast du gewonnen. Ja. Und jetzt wieder Zweiter werden am besten. Jonas ist grad im Endgame. Ich glaub, es ist gleich vorbei. Ja? Ja. Ah, wir sind 8er live. Das würde mich freuen, Digga. Hä, was ist das denn, Bro? Ich hab das noch nie gespielt. Hä? Hast du das schon mal gesehen? Ja. Das ist rutschig, Digga. Das ist rutschig. Ja, wie neu ist das bitte? Fangen einfach alle ab. Was wollen die tun? Wenn ich jetzt einen Win mache, während die einen vorne Win machen, dann rass ich aus. Das ist mein stärkstes Spiel im Übrigen, Digga. Wirklich? Ja, ja. Irgendwelche Tipps? Aber Jonas, hat er den Deathrun schon? Ja, ja. Da steht nämlich 0 von 1. Er hat nicht geupdatet, aber die haben schon. Obwohl, was schreiben wir in den Chat? Haben die doch nicht durch. Seine Runde zählt nicht. Die Deathrun zählt nicht? Richtig nicht, Bro. Warum? Warum hat die Runde nicht gezählt von ihm? Ich glaub, weil Nico nicht gestreamt hat. Kann das sein? Die Fortnite-Runde zählt nicht? Warum nicht? Ey, das wär echt bogenlos. Ja, Nico hat nicht gestreamt. Aber darf er den Win wegnehmen? So dumm, dass die Leute das sogar verteidigen, ist so dämlich. Ist doch scheißegal, ob der streamt oder nicht, Digga. Was sind das für komische Regeln immer? Also manche Dinge, manche Sachen muss man nicht verstehen, Digga. Bin ich ganz ehrlich zu euch, Digga. Was soll er denn machen? Cheaten oder nicht? Bruder, du musst den anderen den Weg abschneiden und den Bereich für dich safen. Ich guck grad die ganze Zeit, den wir streamen. Bruder, das wird der erste Win. Bereich abschneiden wie Hexagon, Digga. Das hab ich mir selber abschneiden. Die schneid ich auch ab. Dig, schneiden musst du abschneiden, ja, ja. Die fängt ja gar nicht mitgewinnen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Mach ruhig, mach ruhig. Du wirst das gewonnen haben, Digga. Ja, ja, das hast du gewonnen, Bruder. Bruder, warte, warte, warte. Ja, nice, Digga. Wir machen am Ende den Win, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja, warte, warte. Das ist noch nicht over, Digga. Das ist doch jetzt das Comeback, Digga. Okay, okay. Das ist Comeback, jetzt go, Digga. Nice. Wir machen jetzt Back-to-Back, Digga. Let's go. Aber ich verstehe das nicht. Issa hat doch letztes Mal auch nicht gestreamt und das war kein Problem. Ist das jetzt eine neue Regel, dass jeder streamen muss, oder was? Aber wenn... Ich finde, okay, wenn es die Regel ist, aber dann sollte es von Anfang an überprüft werden und nicht am Ende gesagt werden, was ich meine. Weil die Mods schauen ja jeden Stream. Ja, Bruder, weiß nicht. Bin ich schon... Also, wenn ich es nicht gewinnen würde, deswegen wäre ich auch gefuckt. Ja, aber Chat, manchmal fühlt man sich auch nicht gut, nur mal als doofes Beispiel, weißt du. Oh, ja, der international kurz aktiviert. Boah, Digga. Du standst neben mir. Ich gehe weiter, vorn mal bis zu vorne. Passt. Let's go. Back-to-back. Was für ein Scheiß-Game, Digga. Einen Wun haben wir wenigstens gemacht, jetzt noch den zweiten für ein Ego. Das wäre gut, Digga. Ja. Das schon? What? Ich gehe links. Ich gehe rechts, gell? Ich bin durch. Du musst auch durch sein. Ja. Ja. Bist du? Ich bin durch. Nice. Nice. Ja, Bruder, das ist auch Schwachsinn, Alter. Danach wird kein Finale sein. Nee, nee. Boah, das sieht aus springen. Zwei sind raus. Ey. Man kann auch nach hinten laufen, ne? Mhm. Komm. Eine noch. Ich möchte es nicht sein. Jawohl, Digga. Aber es ist kein Finale. Es sind elf Leute. Aber Volleyball wird auch nicht kommen. Es könnte das Ringspiel sein oder vielleicht wirklich auch Finale. Trimax und Reeps haben gewonnen. Wirklich? Ja. Reeps hat den Rucksack so weit aufgemacht für Trimax. Digga. Aber wir holen den Back-to-Back noch fürs Gefühl. Ja, safe, 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 safe. Wir haben Glück, dass dieser Back-to-Back nicht früher kam. Oder dieses scheiß Ringspiel. Aber ein dickes GG für Trimax und für Reeps. Wobei das dicke GG für Trimax ist. Äh, für Reeps. Weil Reeps hat... Aber, also wenn wir mal ganz ehrlich, Digga. Regulär hat... Bruder, da ziehe ich auch Flagge in mir. Egal, ob ich nie wieder eingeladen werde. Regulär hat... Also, als erstes alles erledigt. Haben Payne und Niko. Ganz einfach, Bruder. Ich frag mich wirklich, wie das jetzt abläuft da. Das ist schon ein Bruch. Weil, wenn sie den Win nicht bekommen, ist es dann nur fair, dass sie wieder ein 1-1 machen gegen das andere Team, oder nicht? Ja, ist nicht mein Tunnel. Neun. Du? Sieben. Okay. Oh mein Gott, Digga. Ich hab zwei... Nee, ich bin nicht weiter. Ich hab zweimal den Ring verpasst, Digga. Kannst du nur noch schaffen, Bro. Wenn du Platz bist. Naja, ich glaube nicht, Digga. Ja. Jetzt durch die zwei in der Mitte. Nein. Ich wollt den perfekten Winkel machen. Egal. Du machst den Back-to-Back. Ja. Wo bleibt mein Fressen, Mann? Ist es schon in Cheaten-Chat, dass die gewonnen haben? Oder diskutieren wir noch drüber? Ich weiß, Digga. Ich find's unkorrekt. Also, ich kenn die Thematik nicht, Digga. Aber ich finde, wenn... Egal, ich sag nichts, Digga. Ich will auch... Ja, Bruder, ich will jetzt auch nicht, weißt du... Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Oh nein, dieses Minigame. Das machst du, Bruder. Die diskutieren? Okay. Ich glaub auch nicht, dass die jetzt einfach so gewinnen. Sollen die einfach Split-Bot machen, Digga. 10.000, 10.000 und gut ist, Digga. Sind alle glücklich, weißt du, was ich mein? Das ist doch die feste Lösung, Alter. Glaub mich nicht. Ich hab gewonnen. Ey, das ist so scheiße. Wenn ich einmal nicht unlucky werde, gewinn ich auch Back-to-Back. Scheiß drauf, Digga, wirklich. Scheiß drauf. Ich hoffe, es gab ne Wette und jeder dagegen gewettet hat. Bonus verloren. Die Emote ist so geil. Mach mal. Hast du Back-to-Back-to-Back? Ja. Ja, ja. Schade, Digga, schade, ja. Egal. Ich sag doch, wenn nicht einmal alles schief geht, was schief laufen kann, dann taps auch. Ach, hab ich drauf geschissen, Digga. Kuss auf die Nuss. Wiederschauen, Rheingau. Danke für die Liebe. Kuss. Tag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020